Das hier zum Verkauf angebotene ca. 1643 Quadratmeter Bürogebäude befindet sich in Erkrad. Das Objekt ist verkehrstechnisch gut angebunden. Das Haus wurde 1973 erbaut. Das Bürogebäude verfügt über eine Klimaanlage, Teppichboden sowie einen Personenaufzug. Zur Ausstattung gehört außerdem eine eingebaute Küche. Der Kaufpreis des Objekts beträgt 990.000 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf 4100 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017